Tour de France, allez, 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 c'est le Tour, Tour de France, allez, allez, c'est le Tour, allez, 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 c'est le Tour, Mayo jaune, Mayo vert, Mayo blanc, Mayo à point. Hallo liebe Radsportfreunde und damit herzlich willkommen aufs 11stream Sport. Wir sind immer noch in Frankreich, parallel zur echten Tour de France. Troyes, hier sind wir am Start, Schotter, 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 noch und nöcher. Heute gilt es, wir müssen wirklich bei der Sache sein. Über 200 Kilometer lang die Etappe. Ja, und wir brauchen eine gute Tagesform für Derek Gee, damit er das gelbe Trikot verteidigen kann. Wir haben schon einige Kilometer hinter uns gebracht, aber so richtig los geht das Rennen jetzt gleich, wenn es hier in die harten Schotterpassagen reingeht. Festhalten am besten die Lenker, denn da wird man jetzt ordentlich durchgeschüttelt. Wir werden hier eine ganz klare Strategie verfolgen und zwar werden wir das Ganze richtig offensiv angehen. Derek Gee hat einen guten Tag erwischt, Tagesform ist eine Null, aber wir sehen es, er hat hier mehrere Plus 1 und Plus 2 Werte, Kopfschirmpflaster leider nicht, da bleibt er bei 68. Trotzdem werden wir das Rennen hier offensiv angehen. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir wissen, dass hier die Etappen, dass hier die Schotterpassagen unfassbar eng sind. Ich zeige euch das gleich mal. Ich werde mich jetzt eher erstmal vorne platzieren. So, wenn wir nämlich jetzt hier mal draufklicken, seht ihr wie eng das ist? Nächste Bergwertung, wieder eng, kurvig und und und. Da ist es fast egal, wie gut du drauf bist. Wenn du top drauf bist, bist aber ganz weit hinten platziert im Feld, bringt dir das gar nichts, weil du dann einfach nicht mehr vorbeikommst. Deswegen fahren wir einfach vorne und versuchen somit andere Fahrer ordentlich in Bedrängnis zu bringen. Also, wir fahren hier nicht auf den Etappensieg, wir fahren hier voll und ganz nur auf GC. Und dementsprechend, Ackermann noch hier rein und dann noch Williams hier rein. Und dementsprechend werden wir hier alles für Guy machen. Also, Guy ist hier ganz klar der Käpt'n. Ich glaube, der beste Helfer ist wahrscheinlich Nailands, würde ich sagen. Und dann Boivien. Also, hier ganz andere beste Helfer für Guy als in den Bergen natürlich. Dann Ugo Uhl. So, und Uhl hinten an Williams dran. So, und jetzt hoffe ich, dass wir an die Spitze des Pelotors kommen, relativ ohne viel Kraftaufwand. Mit Fugelsang ganz vorne, der natürlich eine katastrophale Tagesform hat. So, das ist unser Zug. Und mit dem fahren wir jetzt hier in diese ersten zwei Schotterhügel komplett voll Gas rein. Und dann kommt hier diese lange Schotterpassage mit dem Berg, mit der Viererkategorie. Und dann, glaube ich, ist das Feld schon mehrfach zerrissen. Ja, und dann müssen wir einfach nur noch gucken, dass wir uns vorne halten können. Aber jetzt erstmal gilt, ganz klar die Devise vorne reinfahren. Und, wenn möglich, die anderen hinten bei den engen Straßen rauszudrücken, sozusagen. Also, Fugelsang, dafür ist er noch gut genug. Das wird er noch schaffen, den ersten Hügel. Da ist ja auch noch kein Schotter bergauf. Da geht es dann erst bergab in die Schotterpassage rein. Aber da sind wir jetzt gleich angekommen. Wir werden gleich über die Kuppe nochmal beschleunigen. So, jetzt stellen wir hoch auf 89. Jetzt wird hier richtig Tempo gemacht. Jetzt geht es in die Schotterpassage rein. Wir fahren hier Vollgas rein. Und ihr seht es schon, die Straße ist eng. Wer hier hinten ist, guckt mal, wir sind da vorne schon. Fahren um die Kurve. Hier hinten, die Fahrer sind vielleicht richtig gut drauf. Aber guckt euch mal den Weg an, den wir haben. Das ist unfassbar, dieser Weg. Wir sind da vorne. Hier ist es gerissen. Little Track wartet schon auf Pedersen hier. Und hier vorne sind wir. Wir haben jetzt schon einen unglaublich großen Abstand hergestellt, ohne dass wir uns überhaupt großartig verausgaben mussten. Und genau das ist die Strategie. Die werden wir jetzt weiter verfolgen. So, Vogelsang ist immer noch mit dabei. Das ist super. Der kann vielleicht sogar noch den nächsten Anstieg ein bisschen mitnehmen. Und dann wird Stuart fahren. 16 Leute sind es noch. Das ist ja unfassbar. Wir haben einfach, wir sind ja 8 davon. Das heißt, nur 8 Leute sind mit uns mitgekommen. Unter anderem Wingigard, Pogacar und Roglic. Das ist nicht zu fassen. Das ist wirklich unfassbar. So, jetzt ist ganz kurz das Kabel aus mit dem Laptop rauszusehen. Hat es kurz geruckelt. Lag also nicht am Spiel, sondern an uns sozusagen. So, jetzt übernimmt Juart. Vogelsang hat sein Tagewerk erledigt. Ich gehe mal davon aus, dass Pedersen wieder reinkommt. Hier haben wir ihn. Und wahrscheinlich kommt auch die Gruppe dahinter wieder rein. Aber trotzdem, der Abstand ist erstmal da. Evenepol zum Beispiel. Guck mal. Der muss sich unglaublich quellen, um hier vorne wieder ranzukommen. Und ob er das überhaupt schafft, keine Ahnung. Wir beschleunigen hier jetzt natürlich nochmal über die Kuppe drüber. Das ist immer besonders gut, damit es wieder zu Rissen kommt. Hier sehen wir Van der Pol. Hier sehen wir Evenepol. Da ist jetzt die Frage, ob die vorne bleiben können. Ich glaube, Evenepol kann es nicht. Da wird es gleich wieder reißen. Hier. Zack. Wieder gerissen. Van der Pol wieder hinten. Pedersen wieder hinten. Die Gruppe da vorne, jetzt noch 15 Mann. Das ist ja unfassbar. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Genau so habe ich es geplant. Und genau so scheint es jetzt hier zu klappen. Ohne großen Kraftaufwand. Also klar, geben wir Gas vorne. Aber guckt euch mal Gier an. Der ist noch nicht so müde. Also ich glaube, da geht es Evenepol ein bisschen schlechter da hinten. Die Abstände sind heftig. Guckt euch die Gruppen an. Das ist ja nicht zu fassen. Also die Etappe hat es ordentlich in sich. Das muss man ganz klar sagen. Die Etappe wird für einige Abstände sorgen. Und wir sind da echt gut mit dabei. So, Ackermann ist ganz vorne. Das ist gleich absolut passend. Denn es kommt ja jetzt die Sprintwertung. Da fahren wir natürlich mit Ackermann jetzt ganz vorne drüber. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es gibt. Das sind ja Ausreißer vorne. Schauen wir jetzt gleich mal. Ackermann ist immerhin 8er geworden. Das ist so unser Standardplatz, habe ich das Gefühl. Immerhin nochmal 8 Punkte geholt. Im Vergleich zur Konkurrenz, die hier leer ausgegangen ist. Ja, und die müssen sich hinten quälen. Die müssen sich richtig ordentlich quälen. Bilbao, der Gesamt 8. Schaut euch das mal an. Der ist komplett kaputt. Der wird heute mehrere Minuten verlieren. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Das ist ja der Wahnsinn. So, Ackermann ganz vorne. Fährt uns jetzt hier in die nächste Schotterpassage rein. Stewart verliert den Anschluss. Das macht überhaupt nichts. Also 13 Mann noch und vorne die Ausreißergruppe. Wir fahren vielleicht sogar einen Ticken zu schnell. So, jetzt muss er hier übernehmen. Ich schalte mal den Einsatz ein bisschen runter. Vielleicht können wir mit Ackermann sogar noch dranbleiben. Vielleicht kann der nochmal eine Führung fahren später. Wenn wir es jetzt zu schnell angehen, verlieren wir natürlich auch unsere Helfer. Aber Evenepo wird jetzt dann bald selbst fahren müssen. Und das ist natürlich geil. Rodriguez auch hinten übrigens. Carlos Rodriguez, Gesamt 12. Der wird ihm Hochgebirge nochmal richtig Zeit gut machen, auch auf uns. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihn hier schon distanzieren. Auch Jates, Gesamt 10. Ist hinten. Also, wenn wir die Gruppe hinter uns halten könnten, das wäre natürlich schon Gold wert. Jetzt fährt Ugo Ulf vorne. Auch Williams ist kaputt. Also, das schlaucht schon ordentlich, wenn man hier im Wind fährt. Aber wir sind immer noch in einer sehr guten Position. Das sind auch nur 10 Leute. Ist nicht so, dass die alle noch 3-4 Helfer dabei haben. Vergiss es. Da ist nicht mehr viel drin für die. Das sieht richtig geil aus für uns. Ob die Ausreißer durchkommen, ist uns im Übrigen relativ wurscht. Für uns zählt einzig und allein, dass wir die Fahrer hinter uns auf Distanz halten. Und das ist schwer. Seht ihr das? Die sind gleich dran. Ich werde deswegen jetzt mit Ugo Ulf mal nochmal ein bisschen beschleunigen. Weil ich möchte Evenepol ehrlich gesagt nicht mehr ranlassen. Aber der wird es wahrscheinlich schaffen. Die Lücke ist fast geschlossen. Pedersen muss jetzt sogar schon selbst fahren. Der fährt natürlich nicht für GC, sondern für den Tagessieg eventuell. Jetzt kommt gleich das nächste Stück. Aber die sind jetzt dran. Also, Evenepol ist wieder dran. Schade. Aber wir können das natürlich mit diesem enormen Tempo nicht durchziehen die ganze Zeit. Das ist ja klar. Deswegen müssen wir das jetzt einfach in Kauf nehmen. So, Ugo Ulf ist gleich fertig. Das Gute ist aber, dass Ackermann und Williams vielleicht nochmal eine ganz kleine Führung durchgehen können. Also, das werde ich jetzt auf jeden Fall hier mal aufbauen. So, dass Williams jetzt nach vorne fährt. Nochmal ein paar Meter führt. Dann kann Ackermann noch ein paar Meter führen. Dann vielleicht nochmal Ugo Ulf und dann erst Boivin. Denn wir haben sonst natürlich keine Helfer mehr bei Derrick G. Großes Feld wieder. 55 Mann. Also, wir konnten es nicht ganz durchhalten, die hinter uns zu lassen. Aber trotzdem geiles Rennen. Geile Etappe. So, jetzt fährt Ackermann wieder vorne. Für Williams ist jetzt der Tag. Endgültig Geschichte. Jetzt kommt Ackermann nach vorne. Tempo hochhalten ist wichtig. Vor allem, dass wir uns auch aus möglichen Stürzen raushalten, indem wir vorne fahren. So, Ugo Ulf kann gleich nicht mehr. Das heißt, der muss hier raus. Boivin muss ans Hinterrad von Ackermann. So, das haben wir auch sofort gelöst. Ackermann ist gleich kaputt. Dann muss Boivin oder Bovin, wie man ihn vielleicht ausspricht, weil er ja in der französischsprachigen, im französischsprachigen Kanada wahrscheinlich unterwegs ist. So, jetzt müssen wir uns dann auch irgendwann mal verpflegen. Aber wir nutzen natürlich jetzt diese kleine Kuppel mal wieder, um ein bisschen zu beschleunigen. Vielleicht können wir ja nochmal eine neue Lücke herstellen. Van der Poel auf jeden Fall jetzt aufmerksam. So, und ihr seht es, es reißt hier schon wieder. Hier ist es wieder gerissen. Der Lee ist hinten. Bauhaus ist hinten. Ja, aber ich glaube, Evenepol und Van der Poel, die haben es diesmal geschafft. Ja, ganz vorne auf jeden Fall Van der Poel zu sehen. Boivin ist auch gleich kaputt. Da müssen wir jetzt auch den Einsatz wieder runterschrauben. Und ich würde sagen, Nylans holt jetzt mal ganz kurz was zu trinken. Weil das wäre natürlich der Supergar, wenn wir das jetzt verpennen. Das haben wir jetzt gerade noch hingekriegt. Sehr gut. Und Nylans fährt jetzt auch direkt vorne. Boivin hängt sich nochmal hinten dran an Guy in der Hoffnung, dass er vielleicht später nochmal eine kleine Hilfe sein kann. Also krasse Etappe. Die wird selektiv sein am Ende. Da bin ich mir sicher. Die Frage ist nur, ob wir das Ganze hier richtig angegangen sind oder ob wir uns verpokert haben. Denn wir haben gleich nur noch einen Helfer. Sind noch 40 Kilometer. Also wenn da jetzt gleich die Attacken gehen, wird es nicht leicht für uns. Deswegen schrauben wir den Einsatz ein bisschen runter. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollen einfach nur, dass die abgehängten Fahrer nicht mehr rankommen und dass hier nicht komplett das Tempo einschläft. So, jetzt übernimmt hier Thunderpol. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt mal raus. Hier vorne. Überlassen jetzt mal den echten Profis hier das Kommando. Thunderpol geht der attackieren. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der für Philipsen arbeitet. Ich glaube, dass die für Philipsen fahren und dass Thunderpol hier einfach nur der Helfer gerade ist. Und wir müssen jetzt einfach nur aufmerksam sein, dass wir hier keine Lücke zulassen. Später können wir vielleicht nochmal beschleunigen, weil Guy sieht echt noch gut aus. Also ich glaube, bei Guy müssen wir uns keine Sorgen machen. Der wird nicht so schnell abgehängt. Müssen natürlich jetzt auch die ganzen abgehängten Kollegen von uns hier nochmal verpflegen. Die vergesse ich immer so ein bisschen, wenn ich dann vorne gerade am Kämpfen bin. Man kann die auch auf Automatik stellen natürlich. Hier. Aber das mache ich persönlich ungern, weil dann verausgaben sich die noch total. So, 33 Mann noch. Die zwei Ausreißer wurden jetzt gestellt. Und Thunderpol fährt vorne. Also da brauchen wir uns jetzt gar nicht mehr einmischen. Wir lassen Thunderpol jetzt hier einfach vorne die Geschichte runterwirtschaften sozusagen. Und wenn er dann irgendwann nicht mehr kann, dann wird es wahrscheinlich Attacken geben. Und dann müssen wir auf der Hut sein. 32 Mann noch. Boywin fliegt gleich raus. Heißt also, Nylans kann sich jetzt um Guy kümmern. Er kann sich zurückfallen lassen. Hat sein Tagewerk getan. Und jetzt gibt es eine Attacke. Pedersen geht attackieren. Ich fahre mal ein bisschen nach vorne mit Guy. Nur für den Fall, dass hier gleich einen Pogacar attackiert. Ja, scheint nicht der Fall zu sein. Aber wir fahren trotzdem jetzt hier mal ein bisschen aufmerksamer. Pedersen attackiert. Also der ist vorher schon abgehängt worden von uns. Und jetzt fährt er hier, so wie es aussieht, allen davon. Wir sind jetzt diejenigen, die Tempo fahren. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt das, was ich will. Und jetzt erleidet Nylans, unser einziger Helfer, noch eine Reifenpanne. Wow, 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 wow. Das ist natürlich gar nicht gut. Jetzt gibt es die nächste Attacke. Carapaz. Ich sage jetzt einfach mal, wir fahren da mit. Weil schließlich haben wir keinen Helfer mehr. Ich fahre jetzt hier einfach mal im Windschatten von Carapaz mit. Schauen wir mal, wie weit uns der zieht. Das sieht jetzt schon mal nicht so schlecht aus. Das ist natürlich jetzt nur ein riskanter Move von uns. Aber wir haben keinen Helfer mehr. Oh, Philipsen wird abgehängt. Und Van der Poel ist auch hier. Oh, jojojui. Und hier vorne sind wir. Also es ist vielleicht kein dummer Move von uns gewesen. Weil jetzt müssen die anderen arbeiten. Ich fahre mit Carapaz nicht durch den Wind. Ich versuche jetzt erstmal, mich wieder ein bisschen zu erholen. Und jetzt werden wir wieder eingeholt. Jetzt gibt es die nächsten Attacken. Aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Wenn Pedersen hier vorne durchkommt, ist mir das echt wurscht. Ich will bloß keine Zeit auf meine Konkurrenten verlieren. Jetzt haben wir Roglic, der attackiert. Aber der ist auch schon ein bisschen müde. Es geht jetzt. Und wir sehen, dass auch Rodriguez wieder zurück ist. Rodriguez und Pitcock. Also wir haben so viele schon abgehängt, die jetzt hier eine Rolle spielen. Das ist ja Wahnsinn. So, ich mache das Tempo nicht, Leute. Das könnt ihr vergessen. Das sehe ich andere hier in der Favoritenrolle. Wir haben zum Beispiel drei Leute von Wismar-Lisabike. Die könnten doch jetzt hier das Tempo machen. 12 Kilometer noch. Ei, das wird knapp. Hoffentlich wird das nicht noch gerecht, dass wir hier so offensiv rangegangen sind. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass unser Balken nicht reicht. Wenn hier jetzt nochmal richtig dick die Attacken gehen. Das sind natürlich brutal gute Fahrer. Wenn die jetzt hier nochmal drüber brettern über diesen letzten Sektor. Dann wird es richtig hart für Deriki. Ich hoffe, dass wir durchhalten. Ich hoffe, dass wir durchhalten. Oh, Van Aert brettert jetzt hier drüber. Das tut weh. Das tut weh. Jetzt geht Rodriguez attackieren. Wingengardt geht attackieren. Das ist mir zu offensiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich jetzt lösen können, wenn Van Aert hier fährt. Ich versuche jetzt hier einfach... Oh, das tut weh. Das tut richtig weh. Der Balken leidet richtig auf Schotter. Und jetzt ist der gelbe Balken weg bei uns. Und es sind noch sechs Kilometer. Ich hoffe, dass das Tempo jetzt nochmal ein bisschen runter geht. Sonst verlieren wir hier Zeit. Fünf Kilometer vor dem Ziel werden Roglic und Pedersen wieder eingeholt. Unser Balken ist weg. Jetzt wirkt die Verpflegung. Der Lee kann nicht mehr und Guy kann auch nicht mehr. Aber es ist das Tempo raus. Zum Glück ist das Tempo ein bisschen raus. Das Tempo ist raus. Drei Kilometer vor dem Ziel. Das kann uns den Arsch gerade retten. Schaut euch das an. Das Tempo ist komplett raus. Die sind alle platt. Da kann keiner nochmal beschleunigen. Und das rettet uns gerade so ziemlich den Arsch, sage ich euch. Die Frage ist jetzt, welches Hinterrad wir uns holen. Wir wollen ja eigentlich bloß keine Zeit verlieren. Es wird hier, glaube ich, schon noch Abstände geben. Aber ich versuche jetzt einfach so gleichmäßig wie möglich hier ins Ziel zu fahren. Es gewinnt auf jeden Fall Philipsen. Der war schon zwei oder dreimal abgehängt. Und jetzt ist die Frage, ob wir hier einen Zeitabstand reingedrückt bekommen. Mit Rodriguez gemeinsam. Oder ob wir die gleiche Zeit bekommen. Oh, was für eine knallharte Etappe. Brutal. Hier sehen wir nochmal den Zielsprint. Hier sind wir im gelben Trikot zu sehen. Jetzt brechen wir ein. Jetzt können wir nicht mehr. Und Philipsen sprintet ganz vorne. Locker und souverän zum Sieg. Da bin ich mal gespannt, ob wir da die 30, 35 Sekunden verloren haben. Oh Gott, haben wir nicht. Oh, habe ich ein Glück. Das heißt also, die ersten 15 kriegen die gleiche Zeit. Und da sind wir tatsächlich dabei. Boah. Wir sind es ein bisschen zu heftig angegangen. Wir hätten zwischendurch mal ein bisschen runterschalten müssen. Aber immerhin haben wir dafür gesorgt, dass einige Fahrer richtig viel Zeit verloren haben. Schauen wir mal, wer da alles dabei ist. Van der Poel hat übrigens noch 3 Minuten verloren. Yates hat 2 Minuten verloren. Und ich bin sicher, wir finden hier noch den ein oder anderen. Bilbao, der war in den Top 10. Verliert auch 3 Minuten 51. Ciccone verliert 3 Minuten 51. Landa. Aber ich glaube, Evenipol war am Ende vorne. Ja. Boah, der ist nochmal rangekommen. Glück gehabt. Also wenn wir da ein besseres Team gehabt hätten, dann glaube ich, hätten wir hier noch mehr Schaden anrichten können. Aber wir sind zufrieden. Wir verteidigen das gelbe Trikot und sind wieder einige Konkurrenten losgeworden. Im Kampf vom Grün allerdings sieht es jetzt sehr, sehr gut aus für Jasper Philipsen. Ich glaube, da können wir den Kampf mit Ackermann so langsam aufgeben. Ich glaube, da sollten wir uns jetzt nicht mehr auf die Zwischensprints stürzen, sondern nur noch auf die Zielsprints, um vielleicht einen Etappensieg einzufahren. Das war es für heute. Wir bleiben also in Gelb. Das ist doch ein Grund zur Freude. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt Slevens Gym Sport. Tour de France. Allez, allez, allez. C'est le Tour. Tour de France. Allez, allez. C'est le Tour. Maillot jaune, maillot vert, maillot blanc, maillot à point.